Wenn Bewegung nicht nur ein Muss ist, sondern auch noch Spaß macht, ist die Euphorie doch gleich doppelt so groß. Und was hilft da mehr als neue spannende Trainingsgeräte? Die Kinder im Familienzentrum Tausendfüßler probieren heute genau das mal aus. Denn das Vibro Swing System Smoothie, ein gerippter Spezialschlauch mit vier integrierten Stahlkugeln, soll sie heute mal richtig in Schwung bringen. Und mit fetziger Musik geht hier die Post ab. Kita-Erzieherin Sarah Küchler nutzt in der Kindertagesstätte die Vorteile, die das neue Bewegungsgerät mit sich bringt. Also die, die sehr still sind, kommen halt in Bewegung, die werden einfach mitgerissen von der Musik, von den anderen Kindern durch die Bewegung. Und aber auch die Kinder, die sonst schon sehr bewegungsfreudig sind, denen bringt das auch was, weil die Bewegungen natürlich koordiniert werden und die dadurch auch nochmal ein bisschen runterfahren können. Die heutige Einheit unterstützt auch Detlef Fridritzig. Denn der langjährige Parkinson-Patient hat das Schlauchsystem in den Bewegungskindergarten gebracht. Für sich selbst hat er das Gerät allerdings schon vor zwei Jahren entdeckt und ist nach anfänglicher Skepsis absolut begeistert. Für ihn bedeutet es nämlich bessere Bewegungsfähigkeit und mehr Sicherheit beim Laufen. Wir hatten, wir haben die bei den Parkinson-Leuten schon seit langem eingesetzt und bei anderen, die erkrankt sind oder auch nicht erkrankt sind, die einfach Spaß an Sport haben. Und dann war eine Veranstaltung zum Thema, eine Preisverleihung war gewesen in Neukirchen-Flühen. Da sprach mich die Bürgermeister an, ob ich nicht so etwas organisieren könnte für die Kinder am Nicken Niederrhein. Und so haben wir angefangen zu überlegen, eine Aktion zu machen, dass wir die Kindergärten und Schulen ausrüsten über Sponsoren, dass sie nichts dafür bezahlen müssen. Die ersten vier Kindergärten haben wir ausgerüstet und die nächsten zwei Schulen stehen wieder an und zwei Schulen haben wir auch schon ausgerüstet. Stimulation der Reflexzonen, Beanspruchung der Muskeln, Förderung der Konzentration und Nutzbarkeit als Massagetool. Vielfältige Möglichkeiten also, das Gerät einzusetzen und ebenso viele Meinungen, was denn jetzt eigentlich am meisten Spaß macht. Man macht immer so tolle Bewegungen und macht immer Massage. Dass ich mich dann irgendwie leicht fühle. Viel Spaß macht. Gemeinsam zu mehr Bewegungen richtig auspowern. Die Bewegungsringe hinterlassen im Familienzentrum 1000 Füßler in Kamp-Linfoort einfach gute Schwingungen.